Guten Tag! Haben Sie heute gut geschlafen? Heute möchten wir Ihnen eine Kaltschaummatratze vorstellen, aber nicht irgendeine Matratze, sondern unsere Top-Matratze Quadro Pro der Firma Matratzenperfekt. Dieses Produkt besteht aus atmungsaktivem Kaltschaum und ist vollkommen anti-allergisch dadurch. Darüber hinaus ist der Bezug abnehmbar und kann durch einen Reißverschluss in zwei Teile geöffnet werden. Der atmungsaktive Bezug kann so dann bei 60 Grad gewaschen werden. Als kleines nützliches Extra kann der Bezug in zwei Hälften geteilt werden. Das erleichtert das Waschen in der Maschine. Doch das Wesentliche an einer Matratze ist der Kern. Die Quadro Pro weist einen speziellen 3D-Würfelschnitt auf, der die Matratze in sieben Zonen teilt. Dies ermöglicht, dass der Körper im Schlaf jederzeit optimal gestützt wird. Auch die Höhe des Kerns von 20 Zentimeter trägt zu einer verbesserten Stützleistung bei. Das Raumgewicht von 45 Kilogramm pro Kubikmeter sorgt für eine überdurchschnittliche Haltbarkeit und eine eben solche Anpassungsfähigkeit. Die Gesamthöhe der Matratze beträgt 24 Zentimeter. Dadurch hat man viel Stützmaterial für ein optimales liegen. Selbstverständlich finden Sie eine Vielzahl weiterer Produkte auf feine-matratzen.de. Oder besser noch, kommen Sie einfach in Hagen und Schwelm vorbei und liegen Sie einmal gemütlich Probe. Natürlich bekommen Sie dieses Matratzenmodell auch in allen gängigen Größen und Überbreiten in unseren Shops. Feine-matratzen.de. Bei uns liegen Sie richtig.